So, ein Hallo und herzliches Willkommen Freunde, ich bin es wieder, euer Jesse und habe ich Demon Hunter gehört? Ich glaube, ich habe Demon Hunter gehört. Also, Demon Hunter in Season 27, Stardust Set ist das unheilige Essenz, das ist das Set, wo ihr schaut, wie viel Disziplin ihr habt, weil nämlich der Schaden mit dem Disziplin berechnet wird. Wir nehmen jetzt aber, weil es ein Stardust Skill ist oder ein Stardust Build, keine Gems, keine Sockeln und Rollen kein Gear. Deswegen auch nur T11, weil so sieht es aus, wenn ihr 70 seid, die ersten Etappen abgeschlossen habt, dann habt ihr noch nicht genügend Ressourcen für alles, aber einfach nur mal, damit ihr seht, wie es ist, weil es ist relativ spannend, basierend auf dem Season-Thema, das sind übrigens diese grauen Items, die ihr erzeugen könnt, hat man hier die Möglichkeit, eine modifiziertere Skillung zu spielen, auch unter anderem zum Beispiel mit einem zweiten Bogen im Würfel. Was das Ganze bedeutet, also zuerst mal zur Erinnerung, wenn ihr so einen Staub gefunden habt, den könnt ihr auf jedes beliebige Item anwenden, das wird dann grau oder weiß, je nachdem, und es bekommt eine zusätzliche Fähigkeit. Eine Liste der Fähigkeiten haue ich euch unterhalb im Guide dazu, falls ich da was ändern sollte, aber prinzipiell gibt es pro Klasse drei Fähigkeiten, welche zufällig darauf rollen können, und ihr wollt das mit Strafe haben, sprich die Fähigkeit, welche für Speerfeuer zusätzlich funktioniert, weil dann wird nämlich neben dem Speerfeuer auch noch eine weitere Attacke getriggert. Das heißt also, bevor es losgeht, wie gesagt, ist ein klassischer Demon-Hunter-Multischuss-Build, unterhalb im Guide habe ich euch dann alles richtig verlinkt, inklusive der Gems. Ich spiele es jetzt absichtlich ohne den Captain-Set, obwohl wir hier schon den Prunkring ausgerüstet haben, bringt aber in dem Fall nichts, weil ich möchte das ja so haben, wie es mehr oder weniger am Anfang sein wird, und da hat man noch nicht Zugriff auf alles Mögliche. Wir haben eh schon Zusammenkunft der Elemente mit dabei, oder was heißt hier Zusammenkunft? Fokus und Zurückhaltung so. Zusammenkunft wäre natürlich eine Alternative, aber wir spielen es hier mit Fokus und Zurückhaltung und mit einer Krümelchens-Halskette, weil die findet man komischerweise in der Season irgendwie immer zuerst. Ansonsten nicht vergessen den Köcher. Ganz wichtig, hier Disziplin, Brustplatte mit Disziplin und Waffe mit Disziplin, weil Disziplin eben vom Damage her, wisst ihr Bescheid. Und ansonsten von dem Talenten ein bisschen abgeändert. Also wir spielen es wieder mit Salto und Flickflack. Ich finde, das ist einfach sehr viel bequemer zu spielen. Mehrfachschuss mit Arsenal. Hier der einfangende Schuss mit Kettenangriff. Das haben wir wegen dem Bogen in Kanais-Würfel. Sperrfeuer mit wehender Schatten, damit wir das Season-Thema aktivieren und triggern können. Sollte sich das ändern, mache ich euch ein Update. Vorbereitung mit Kräftigung eben für weitere Disziplin und Rache mit dunkles Herz für ein bisschen Zähigkeit. In den Passives Auslese, Bewusstsein, Ballistik und Hinterhalt. Also die klassischen Passives. Auch hier wird es die Möglichkeit geben, das ein oder andere Passive könnte im späteren Verlauf, wenn ihr etwas mehr Paragon habt und mehr Gier habt, könnt ihr das gerne auch ein bisschen modifizieren und ändern. Aber wir sind ja eigentlich da, um zu sehen, wie sich das Ganze spielt. Also wir gehen unvorbereitet mit 400.000 Damage live in einen normalen Rift rein und schauen, was passiert. Wir können hier unsere Sachen aktivieren. Prinzipiell machen wir den da, dass wir einfach hier die wehenden Schatten, also beim Sperrfeuer, aktiviert halten und uns damit durch den Rift rollen, nenne ich es jetzt mal. Natürlich haben wir noch Multischuss, was hier mehr als ausreichend ist, um die Ziele natürlich zu töten, auch ohne irgendwelche Gems. Das Ganze funktioniert auch in den Greater Rifts. Ich sage so 100, 120 rum, weil danach ist das wieder so eine Zähigkeitsgeschichte, die relativ nervig ist. Aber das kann man hier natürlich mitnehmen. Wichtig ist natürlich, wenn ihr das in den Rifts spielt, dass ihr es über die servierenden Schatten macht, dass ihr praktisch hier immer eine Runde dreht, um eben den Effekt von dem einfach einen Schuss zu machen und eben den Gegner zu debuffen über die Odyssee-Waffe, welche dann nochmal mehr für Damage sorgt. Das ist so eine Kombinierung, wie man es zum Beispiel gerne als Support Demon Hunter spielt, weil da hast du das natürlich immer dabei. Also für die, die ganz faul sind, ja, es reicht auch, auch wenn ihr einfach so durchrollt, das in den höheren Rifts nicht, aber hier mit den ganzen Triggern reicht es auch so, ja, dass ihr einfach so durchrollt. Man ist ein bisschen langsamer, man könnte noch das ein oder andere Speed Talent mitnehmen. Ich möchte aber hier bitte sagen, das ist nicht wie der Wirbelbild, was ihr vielleicht über das andere Set kennt. Das funktioniert hier nicht, weil da kommt nämlich die Geschwindigkeit aus dem anderen Set. Das heißt also, die Skillung wird immer ein bisschen langsamer sein, aber man hätte die Möglichkeit, hier noch das eine oder das andere auch ein bisschen anzupassen. Ansonsten, wie gesagt, vom Damage her, ihr habt es gesehen, wir haben knapp 400.000, keine Sockeln und nichts drinnen. Wenn ihr da natürlich jetzt anfängt, die Sachen zu sockeln, dann habt ihr auch den dementsprechenden Damage Boost und könnt auch ohne Probleme hochstellen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, weil man es auch nicht oft genug sagen kann, ich glaube 86 Disziplin ist das Maximum, was ihr haben könnt, außer ihr nutzt den Ring dann wäre 96, aber über 80 Disziplin solltet ihr auf jeden Fall haben, weil der Set-Bonus eben damit skaliert und das ist wirklich heftig. Also wenn ihr das wollt, als Stardust-Skillung ist keine schlechte Skillung, lässt sich super damit farmen, jetzt nicht super schnell, aber prinzipiell lässt sich damit natürlich sehr gut farmen. Auf die Disziplin achten, sobald ihr den ersten Staub findet, der droppt übrigens überall, also wir haben es schon im Q-Level, wir haben es schon im Greater-Wolf und 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 bekommen, das sieht dann so aus. Sobald ihr so einen Staub findet, einfach mal auf ein Item angewandt, wenn ihr Glück habt, die Chance ist 33%, habt ihr schon das richtige Talent gefunden, ansonsten beim nächsten Staub einfach das nächste Item umwandeln. Ganz wichtig, es kann nur ein graues Item angezogen werden, also ihr könntet auch immer das gleiche Item rollen, aber ich denke mal, ihr findet hier sicher das Richtige oder den richtigen Weg. So, meine Damen und Herren, Startup-Bild ist fertig. Ganz, ganz wichtig, es ist der Best-Bild wieder mit Marodeur, also der Tower-Bild, aber auch hier hat der Tower-Bild die Möglichkeit, auf das Season-Thema zuzugreifen und das sieht dann alles ein bisschen strange aus, sobald das Video fertig ist, werde ich es euch verlinken, klickt auf jeden Fall drauf, ist relativ spannend. Und jetzt, jo, jetzt sind wir durch, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wenn es irgendwelche Fragen gibt, ab damit in die Kommentare und ich wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.